Das wird ja nicht funktionieren. Der Ofen ist nicht heiß genug, um etwas zu schmelzen. Immer Wasser reinschütten. Wir müssen weiter zurück, weiter zurück. Durch den Keller wahrscheinlich. Ja. Natürlich. Das gehört hier nicht hin. Ach, da eine Eimer mit Wasser reißt es jetzt raus, oder was? Ist nicht dein Ernst? Ach, jetzt auch reicht's auf einmal. Was ist das da? So, dann versuchen wir den Aufzug wieder zu aktivieren. Presto, das hat funktioniert. Wo soll ich denn hin gehen? Ach, willkommen in der Küche. Feuerholz. Ein Schürhaken. Ich habe Renders Ring immer noch nicht gefunden. Sie wollte ihn immer in ihre Medaillon aufbewahren, aber dieses ist auch verschwunden. Beide waren in meinem Nachttisch. Aber sie sind verschwunden. So was Mysteriös ist es auch. Hier legt Feuerholz. Nimm das mit. Dann kann man den Ofen anheizen. Ach, kann man auch noch aufmachen. Ist ja prickelt. Okay, Nusskern. Knacken wir das mit direkt. Schublade können wir zumachen, weil da ist nichts mehr drin. Eine Schere. Sonst ist auch nichts mehr drin. Gut. Schwimmer. 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 Zuckerzange. Hier haben wir ein Zuckerzänkchen. Fische, Muschel. Hier haben wir auch die Fische. Muschel. Da. Ein Schwimmer. Hä? Was ist damit? Ente. Was soll das sein? Was soll das sein? Hä? Da ist nichts mehr drin. Ne. Federbegleisen. Dann. Ich habe eine Teekanne. Nimm die doch mit. Jetzt auch. Entschuldigung. Jetzt brauchen wir eine Kaffeekanne. Damit wir auch immer einen falschen Fehler machen dürfen hier. Tannzapfen, Glühbirne, so. Tannzapfen, Federbegleisen. Und Schwimmer. Immer noch. Ich sollte mal was essen langsam finden. Gerade so nebenbei ein. Äh. Ja. Da ist nichts mehr drin. Ich weiß nicht warum wir den noch aufmachen können. Was das soll, habe ich auch keine Ahnung. Weiß ich. Absolut nicht. Schwimmer. Federbegleisen. Ach so. Das ist ein Lappen. Ja. Jetzt habe ich es kapiert. Okay. Schwimmer. Federbegleisen. Tannzapfen. Dann ist da Tannzapfen. Da gehen nur die Schubladen wieder auf. Brrrr. So viel passiert. Das bin ich gar nicht rein. Da unten ist auch nichts. Schwimmer und Bügeleisen. Ach. Da ist das Schwimmer. Bügeleisen. Ich hoffe das nächste Bild, das ich dann mache, schaffen wir machen ohne die Tipps. Aber es ist ja immer ein Gaga mit der Zeit. Bügeleisen. Was ist denn das? Gibt es auch gar nicht. Ach. Da wird ein Decke reingestopft. Zuckerzange. Du willst mich verarschen. Hm. Ähm. Hallo? nicht witzig gar nicht witzig was zu küchenmesser kuchenmesser steckt festziehen klappt nicht an drück glaubt sie mit der kasserole raus geht natürlich nicht kuchenmesser einfach mal die ganze vom tisch geklaut sehr gut ist das das ergebnis der wut des poltergeistes das porträt blutet ja ich habe eine dunkle fahrne ich komme nicht daran aber ich kann dort unten etwas erkennen ja natürlich den haken mit seiler natürlich wieder weg ich habe ich habe gedacht dass ich aufspießen und mitnehmen wenn ich jetzt mit dem rapier ersteche geht es nur kaputt Okay, das geht schon mal nicht Wie viele Zimmer hatten die? Ach, und hier brauchen wir Stammbaum Hier müssen wir den Stammbaum zusammensetzen Okay Da fehlen aber einige Stammbaum, da kein Geld Richard ist tot Warum hat er Branders Geist herbeigerufen? Sie hat ihn umgebracht, ich weiß es Die Polizei behauptet, dass er von einem Blitz getroffen wurde Aber ich weiß, dass Branders Geist meinen Sohn getötet hat Seine Witwe Catherine und einige der Angestellten haben das Anwesen verlassen Nur James verbleibt Er sagt, dass ich stark sein muss Dass ich ein Kangail bin Aber Ich bin müde Ja, wer ist das nicht? Ich könnte etwas Spachtelmasse wegkratzen Derjenige, der das Fenster wieder abgeliefert hat, war nicht sehr sorgfältig Doch mal Spachtelmasse Rapier mit Spachtelmasse Achso, das kann man dann im Feuer hier Brunzeli grill Spachtel Diese Statuette ist aus Bronze gemacht Damit kann man was gießen Okay, eine hessische Statuette Metallstatuette Okay Der Grund besteht aus den letzten Ziffern der ersten Jahre Aus den letzten Ziffern der ersten Jahre Der erste Jahr Sind damit die Recomboziere gemeint Aus den ersten Ziffern der ersten Jahre Das werden ja alles einsen Passiert nichts Eins, zwei, drei, vier, fünf Drei, vier, zwei, ah Was sind denn noch die Zahlen gehen? Boah, mit den anderen Drei, vier Ach, hier sind es alle Also bei alle fünf, die fehlen Okay, also brauchen wir noch die Porträtbilder auf jeden Fall Lotto Hm Die könnte ich als Ersatz verwenden Lotteriekugel Als Ersatz für Weiß man nicht so genau Hier steckt ein Schlüssel fest Ich muss ihn irgendwie herausziehen Zuckertänkchen Schlüsselteil Huch Och, Alter Nein Soll das eine Warnung sein, dass ich hier nicht herum schnüffeln soll? Wenn ja, dann hat sie meine Neugier nur noch mehr entfacht Das ist die Gelegenheit, um einen Schlüssel zu benutzen Mit einem halben Schlüssel bekomme ich das Schloss nicht immer halb auf Ja, wir haben aber keinen Schlüssel Müssen wir wahrscheinlich erst zusammenschmelzen Vermute ich mal Im zweiten Stock kann man nicht fahren, warum auch immer Dieser Knopf lässt sich nicht mehr reparieren Achso, können wir vielleicht hier Ah Ah Ah, der Dachboden Komm heute Nacht zum Leuchtturm Komm heute Nacht zum Leuchtturm Okay Dann können wir hier was mitnehmen noch Das Brett kann nützlich sein, aber ich brauche etwas Scharfes, um dieses Band loszuwerden Das Papier ist nicht scharf genug Nein Wir haben natürlich nichts James hat mir wieder geschrieben So sehr ich seine Hingabe für die Familie Kengels schätze Ich sollte ihn zurechtweisen Er muss verstehen, dass seine jahrelange Dienste für die Familie ihm nicht recht geben, im Namen der Kengels Entscheidungen zu treffen Ja, das sollte man eigentlich kapieren, aber kapieren nicht alle Entfernt las Von hier scheint jemand den Leuchtturm beobachtet zu haben Ja, so weit bin ich auch Okay Schmetterling Briefmarke Fernglas Schmetterling Briefmarke Fernglas Hier haben wir hier Tannenzapfen Scharf Musik ist ja zum Glück gar nicht anstrengend stellenweise Tannenzapfen Scharf Siegel Schokolade Wir haben ein Siegel Schiff und Kürbis Da haben wir Kürbis Tannenzapfen Autoflieger Sanduhr Da haben wir eine Sanduhr Da haben wir ein Auto Da haben wir eine Fliege Schiff und Scharf Ein Scharf ist Schiff Schiff und Scharf Die Witze werden immer beschissener hier Naja gut Ein Dosenöffner Oh, was denn Oh, was denn die Dosenöffner 40 in M sellet Oh, was denn